Wir sind jetzt angekommen. Was packst du da ein, Bara? Bananen. Bananen. Wir hatten gar keine Bananen mit. Bara geht sich jetzt erstmal erkälten im Wasser. Und wie hat es dir gefallen? Wir waren jetzt gerade schon schwimmen. Und jetzt sind es noch 6 Stunden, dass wir irgendwo einkehren können. Das ist der Bara am Zeltprobe liegen. Hier haben wir so unsere Sachen. Da ist der Tisch. Da sind so mit Grill-Sachen drauf. Hier liegen so Getränke und andere Essenssachen drunter. Das ist das Zelt. Jetzt ist es gerade dabei, Pancakes zu bausteln. Wir haben hier Gaskopper. Ein bisschen Geschirr, ein bisschen Zutaten. Das ist das Zultat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020